Christine Bauer-Jellinek, die ist echt ein Klicksfall in diesem Match. Und zwar, wir haben uns nicht nur kennengelernt, sondern wir haben uns auch gefunden für diese Aufgabe. Die Christine leitet den Wahlkampf. Ich bin wahnsinnig froh drum, weil sie eindeutig Talente hat, die mir fehlen. Und die Christine hat gemeint, die Kritik an den Gemeinden, wo es Unregelmäßigkeiten beim Unterschreiben gegeben hat, die ist ein bisschen zu scharf ausgefallen. Und ich wollte es auch so sagen, dort, wo es wirklich die Unregelmäßigkeit gegeben hat, dort ist die Kritik berechtigterweise scharf. Nur muss man auch an die denken, die das ordentlich machen. Und da gibt es tausende Beamte in den Gemeinden, die das ordentlich machen und die quasi die Garanten sind dafür, dass Demokratie funktionieren kann, dass Demokratie zelebriert wird. Es gibt bei dieser Unterschriftenproblematik haufenweise Schikanen. Das kann viel, viel leichter sein und man muss natürlich auch nehmen, dass diese Schikanen gewollt sind. Trotzdem freut es mich, dass sie so viel da durchkämpfen. Und es freut mich auch, dass mich die Christine am Mann hat, dass wir diesen Gemeindebeamten, die das klasse, hilfsbereit und ordentlich machen, auch öffentlich danken. Danke, liebe Freunde. Und bitte geht's auf die Gemeinde und unterschreiben. Die unterschriebenen Unterstützungserklärungen bitte. In jedem Geherladen kann man das abgeben oder auch an uns schicken. www.heini-president.at, dort steht alles drinnen. Bitte. Also, los geht's.